So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Ich habe in den vergangenen Tagen in der GameStar, Pizza Games, irgendwo einen Artikel gelesen über die Videospiele des vergangenen Jahrzehnts, die das Jahrzehnt so am meisten geprägt, beeinflusst haben. Und da dachte ich mir, hey, das wäre auch eine ganz spannende Frage, wie ist denn das bei Brettspielen? Und da habe ich viel mit Freunden diskutiert, ich habe bei meinen Patreons einen Beitrag erstellt, wo darüber diskutiert wurde, ich habe mir auch so zwei, drei Videos dazu anguckt, die schon andere hatten. Natürlich ist die Idee nicht so super neu und es ist ganz schön schwer, sich da wirklich auf 10 zu reduzieren. Und immer wieder wurden aber auch Spiele genannt, die schon aus dem Jahrzehnt davor waren. Und auch die Nullerjahre, 2000 bis 2009, hatten halt Spiele, die wirklich die Spielebranche verändert haben, die sie nach vorne gebracht haben, die wirklich einen massiven Einfluss hatten, der sich dann eben teilweise auch erst jetzt im vergangenen Jahrzehnt wirklich bemerkbar gemacht hat, wo man ganz, ganz viele Spiele sieht, wo man sieht, okay, die sind darauf zurückzuführen, sowas gab es vorher noch nicht, dieses Spiel hatte den Einfluss und hat einfach andere Autoren inspiriert, sowas auch zu machen, sowas besser zu machen, sowas zu variieren. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt mal hingesetzt und geguckt, was sind halt die meiner Meinung nach einflussreichsten Spiele aus den Jahren 2000 bis 2009. Ich habe die chronologisch geordnet, also nach Erscheinungsdatum. Und natürlich ist es eine absolut subjektive Liste, ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr sagt, nee, Ben, oder ja, hast recht mit allem, aber ich habe mich jetzt auch wirklich absichtlich auf 10 beschränkt. Wenn ihr sagt, hey, das Spiel ist total wichtig, weil danach gab es die und die Spiele, die es vorher gar nicht gab oder hat dazu geführt, dass sich das Kaufverhalten geändert hat oder was auch immer. Schreibt es gerne in die Kommentare und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Und los geht es im Jahr 2000 mit dem Spiel Carcassonne. Das Spiel, ob man es jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das Spiel hat wirklich die Spielebranche auch beeinflusst, dadurch, dass es eben wirklich super viele Leute zum Spielen gebracht hat. Dieses Teillegen war sicher nicht neu, auch dieser Area Control Aspekt, der ja so ein bisschen drinsteckt, aber es ist in den Top 100 auf Board Game Geek, ich glaube auf Platz 5 oder so, der meistbesessenen Spiele und es hat sogar zwei Erweiterungen in den Top 100 drin. Das hat sonst, glaube ich, auch nur Siedler geschafft, was noch wieder ein Jahrzehnt vorher ist. Und es ist heute noch so, wenn ich Weihnachten in der Spieleburg bin und da kommen eben Leute und sagen, hey, ich suche was zu spielen, dann fragt man halt, ja, okay, was spielt ihr sonst so? Ja, wir spielen total viel Carcassonne und Siedler. Das sind immer noch so die essentiellen Spiele, die Leute kommen rein, kaufen blind die Erweiterung, fragen, hey, welches ist die beste Erweiterung? Ich habe 1, 2 und 3 schon, kaufe ich jetzt 5, kaufe ich 6, mache ich es chronologisch. Das ist also super krass, wie unfassbar beliebt dieses Spiel ist. Es kommen auch immer wieder Leute rein und sagen, hey, mein Absolut, das ist ein Spiel, finde ich total toll und das ist einfach, finde ich total krass, dass dieses Spiel so einen Impact hatte, auch in meinem subjektiven lokalen Göttinger empfinden, mehr als die meisten anderen. Es ist eben auch relativ einfach von der Regel natürlich, man bringt es den Leuten schnell nahe und die Leute haben eigentlich super viel Spaß damit, auch wenn sie vielleicht vorhin noch gar nicht so viel Berührung mit Spielen hatten und dann eben immer irgendwelche Landschaften da bauen und auch gucken, dass man vielleicht doch noch eine Mehrheit in der Stadt übernimmt. Das ist schon sehr spannend. Ich würde jetzt sagen, es hat tatsächlich nicht so viele andere Designer inspiriert, also Legespiele gab es vorher schon, gab es jetzt hinterher auch wieder, aber das ist eben so ein Aspekt, der auch immer wieder gerne aufgegriffen wird. Dann Puerto Rico. Puerto Rico war für mich mit eines der ersten größeren Strategiespiele. Damals war das schon auch mit bei den komplexesten Spielen, die es gab. Und was dieses Spiel geschafft hat und was danach auch viel aufgeriffen wurde, es hat so ein bisschen die Downtime auf Spielen eliminiert, weil dadurch, dass eben immer ein Spieler eine Rolle wählt, mal ein Baumeister oder so, und dann müssen jetzt alle bauen und dann ist der nächste Spieler dran, wählt sich eine Aufseher, dann produzieren alle irgendwelche Güter. Das machen immer alle quasi, dann zwar auch der Reihe nach, aber alle sind auf einmal dran. Es ist nicht mehr so, dass ein Spieler seinen Zug macht und dann sitzen die anderen erstmal da und warten, okay, wann bin ich wieder dran, der hier macht seinen Zug, der macht seinen Zug, der macht seinen Zug, ah, endlich darf ich auch mal wieder, weil die Entscheidungen, die wir während so einer Rolle treffen, eigentlich immer sehr kurzweilig sind und da, also zum Beispiel in Twilight Imperium, hat diese Idee auch wieder aufgegriffen und ganz, ganz, ganz viele andere Spiele, die da nachgekommen sind und es war auch jahrelang auf Platz 1 in der Boardgame-Geek-Hitliste, also auch definitiv ein Spiel, das unser Genre nachhaltig beeinflusst hat. Dann Game of Thrones, das ist, also Lizenzspiele waren ja oft immer so eine Sache, wo man sagen würde, hm, ja, da habt ihr jetzt zwar dieses Buch, diese Fernsehserie genommen, aber das Spiel dahinter ist irgendwie doof. Game of Thrones hat es eben wirklich geschafft, dass man auch sagt, okay, das Spiel hat zwar eine Lizenz, halt diese Game of Thrones, die damals so nicht annähernd so groß war. Das kannte kaum jemand, es gab erst, was weiß ich, drei Bücher oder so, die sind ja, oder zwei. Und bei Insidern war das schon bekannt, die haben gesagt, boah, cool, ein Game of Thrones-Spiel, aber so heute, wo es ungefähr jeder kennt, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und es war damals auch schon ein langes, episches Spiel, wo man irgendwie Stunden dran gesessen hat, aber es war eben auch, und auch dieses mit diesem Betrügen und irgendwelche Befehle legen, sich absprechen und doch dagegen verstoßen, das gab es doch schon Jahrzehnte vorher mit Diplomacy. Aber das war eben auch ein Spiel, wo man ein ganzes Wochenende für brauchte. Game of Thrones war ein langes Spiel, wo man auch immer optimalerweise viele Spiele dafür gebraucht hat, aber das hat eben dann dazu geführt, dass es später andere tolle Lizenzspiele gab, wie zum Beispiel Battlestar Galactica, das nächste aus dem Jahrzehnt, was mir einfällt. Und dann jetzt gab es ja auch noch ganz, ganz viele andere Spiele, die auch sowas gemacht haben. Also da war Game of Thrones wirklich auch, ja, es war einfach prägend. Da würde ich einfach sagen, dass Game of Thrones auf jeden Fall einen großen Einfluss auf die Spielelandschaft hatte. Dann geht es weiter mit San Juan. San Juan ist der Kartenspiel-Nachfolger von Puerto Rico. Und er hat ein Konzept, ich weiß nicht, ob er es eingeführt hat, aber zumindest das erste Mal groß bekannt gemacht, was danach auch ganz, ganz oft variiert wurde, und zwar Multi-Use-Karten. Also dass man einfach Karten auf verschiedene Arten und Weisen benutzen kann. Dass man halt einmal sagt, okay, wenn ich diese Karte aufspielen will, muss ich andere Karten abspielen, damit ich das bezahlen kann. Einfach ablegen, die kostet irgendwie fünf, also muss ich fünf andere Karten wegwerfen. Das sind natürlich auch alles Karten, die irgendwelche tollen Funktionen drauf haben, die will ich eigentlich auch nicht wegschmeißen, also muss ich mich immer entscheiden. Und das lieben wir in Spielen, wir lieben Entscheidungen. Dann sind es eben auch noch Güter. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie was produziere, dann lege ich nicht irgendwelche Holzmarker oder so drauf, ich lege einfach eine Karte auf diese andere Karte oder drunter, dann hat die halt dieses gut produziert. Und dass ich so quasi so ein komplettes, großes Eurogame habe, nur eben das komplett mit Karten ist, und ich kein Zusatzmaterial brauche, das fand ich persönlich sehr innovativ damals. Das war auch so die Zeit, so 2004 habe ich ungefähr so richtig mit dem Spielen angefangen, dass man sagen konnte, da wurde aus mir ein Vielspieler. Und da habe ich mir das natürlich auch gleich angeguckt und geholt und war da auch sehr, sehr begeistert von. Das Konzept kennt man ja aus, zum Beispiel Lagrania hat das Ding ja auch, also mit diesen Karten, die man auf mehrere Arten und Weisen benutzen kann, oder dann auch Race for the Galaxy und ihr kennt das sicher aus noch viel mehr anderen Spielen. Und da würde ich sagen, auch da, dieses Spiel hatte wirklich einen großen Einfluss auf die Spielelandschaft danach. Dann als nächstes Agricola. Agricola ist nicht das erste Worker Placement Spiel. Das war, ich glaube, drei Jahre vorher schon, oder zwei Jahre vorher kam schon Kailus raus, irgendwie eine französische Stadt, glaube ich. Das gilt so gemeinhin als das erste Worker Placement Spiel. Und das war auch schon wirklich gut, hatte aber in meinem Wahrnehmen nicht so den Impact, wie es Agricola hatte. Agricola war wirklich auch ein Spiel für die Massen, das haben sich alle Leute gut. Alle haben es rauf und runter gespielt. Ich habe das lange Zeit auch als Gateway Spiel benutzt. Natürlich ist das auch immer so ein bisschen persönlich gefärbt, diese Liste, wo ich einfach, Leute, okay, ihr habt noch nicht so super viel gespielt, aber ihr seid einigermaßen intelligent, ihr habt kein Problem mehr mit, euch eine Viertelstunde Regeln anzuhören. Komm, wir spielen mal Agricola. Wo auch Leute gesagt haben, nein, das kannst du nicht machen, du kannst nicht Agricola mit Leuten spielen, die nie was gespielt haben. Ja, wenn das jetzt so totale Nicht-Gamer wären, wo ich wüsste, okay, die musst du ganz langsam ranführen. Da bin ich, denke, okay, das sind Leute, die haben Bock, darauf ein bisschen gefordert zu werden und die kommen damit klar. Dadurch, dass es eben einfach so super thematisch ist, ging das problemlos. Und ja, Agricola hat dann auch wirklich so diesen Worker-Placement-Boom ausgelöst. Aber da könnt ihr natürlich auch sagen, ja, nee, für mich ist dann doch Kylus so als erstes Worker-Placement-Spiel so das, was da den größten Einfluss hatte. Das bleibt einem, glaube ich, selbst überlassen. Aber bei Agricola war ihm auch noch so super schön thematisch. Tolles Material, man hat sich wirklich seinen Bauernhof da aufgebaut. Das versuchen viele andere Spiele auch so zu erreichen, schaffen es aber nicht. Und für mich gehört das einfach zu den wichtigsten Spielen, die es in diesem Jahrzehnt gab. Dann im gleichen Jahr ist Kingsburg rausgekommen. Das werden vielleicht einige von euch gar nicht mehr kennen, die jetzt auch relativ frisch beim Spielen sind. Aber wenn ihr mal an so Spiele denkt wie Marco Polo, an Pulsar, an Ratschoss, was gegangen ist, Bogen vom Burgund, diese Dice-Placer, dass ich einfach Würfel als Arbeiter benutze, mit denen irgendwelche Aktionen ausführen kann. Das hat Kingsburg quasi ein bisschen das erste Mal gemacht, dass ich eben, ich habe so einen Spielplan auslegen, wo ich dann für alle Zahlen von 1 bis 12 irgendwelche Aktionsfelder habe. Ich würfel meine Würfel. Entweder kann ich die Summe irgendwo hinlegen, zwei Sechsen, um das Feld auf die 12 zu triggern. Oder ich trenne das auf in zwei Sechsen und benutze zweimal die Aktion auf Feld Nummer 6. Oder wenn ich halt irgendwie eine 2 und eine 3 gewürfelt habe, kann ich das auf eine 5 legen oder auf die 2 und die 3. Hatte noch Schwächen. Es war in dem Spiel immer gut hochzuwürfeln, weil dann konnte man einfach die besseren Aktionen machen oder die schon höheren Aktionen häufiger, als wenn man jetzt so niedrigere Zahlen gewürfelt hat, wie eine 1 und eine 2. Dann waren die Aktionen noch meistens nicht so stark. Aber so für diese ganzen anderen Spiele, die dieses Konzept dann weiterentwickelt, verbessert haben, da ist halt Kingsburg auf jeden Fall super wichtig. Es gab oder gibt auch, glaube ich, eine Neuauflage davon. Also ich weiß nicht, ob die schon erschienen ist. Vielleicht hat die das ja noch wieder ein bisschen verbessert, das Spielkonzept. Muss man sich angucken. Aber auf jeden Fall meiner Meinung nach super, super wichtig. Dann als nächstes Pandemic aus dem Jahr 2008 oder auch Pandemie, wie es damals noch ganz eingedeutscht hieß. Das war so der Kickstart für die Koop-Spiele. Es war nicht das erste Koop-Spiel. Ich meine, mein Obstkarten ist auf jeden Fall ein Koop-Spiel, das deutlich vorher war. Es gab das Herr-der-Ringe-Spiel von Knizia. Das war auch schon gut. Aber danach hat sich auch ungefähr sieben Jahre lang nichts getan. Das lief auch noch ganz anders als Pandemie. Kurz bevor Pandemie rausgekommen ist, gab es noch Schatten über Camelot. Das war auch okay. Hatte so einen Verräter-Mechanismus drin. Aber halt Pandemie, danach ging es gefühlt so wirklich los. Und viele Konzepte aus diesem Spiel, dass wir halt so auf dem Brett irgendwelchen Gefahren, Herausforderungen hinterherrennen, die irgendwie beseitigen müssen, dass wir irgendwelche Dinge tauschen müssen, dass wir Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten haben und das eben alles gemeinsam machen. Das habt ihr in ganz, ganz, ganz vielen anderen Spielen auch noch variiert. Und da ging das eben halt so los mit diesen Koop-Spielen. Ich würde fast sagen, dass kooperative Spiele mit eines der prägendsten Merkmale für das vergangene Jahrzehnt sind. Also die Jahre von 2010 bis 2019 war dann die Zeit, wo das wirklich explodiert ist, wo man sich mittlerweile komplette Spiele-Sammlungen nur mit kooperativen Spielen machen kann. Und für mich in meiner Wahrnehmung war so Pandemie da der Auslöser für. Dann im gleichen Jahr ist Dominion herausgekommen und Dominion hat ein komplettes Genre. Neu erschaffen aus dem Nichts. Zwar auch keine grundsätzlich neue Idee, nämlich das Deckbauspiel. Sprich, wir haben so ein Anfangskartendeck und im Spielverlauf holen wir uns neue Karten dazu, machen daraus ein besseres Deck, dünnen das vielleicht wieder aus, können damit irgendwie dann toll Punkte machen, mehr Karten kaufen, mehr Aktionen machen. Das findet man auch in ganz vielen anderen Spielen später noch, in der Variation drin, zum Beispiel wie Mage Knight. Das ist so ein Element des Spiels, nicht mehr das ganze Spiel. Aber Dominion hat das dann quasi... Aber Dominion hat dieses Genre erschaffen. Und es ist ja nicht so, dass es das noch gar nicht gab. Zum Beispiel bei Magic ist es ja auch so. Da gehört Deckbau auch quasi zum Spiel, nur dass man es nicht spielt. Man sitzt ja auch zu Hause mit seinen ganzen 5000 Magic-Karten und überlegt sich, okay, welche Karten können jetzt toll zusammenpassen, baut sich da halt auch so ein Deck zusammen und dann trifft man sich mit einem Freund und spielt das halt drunter, muss das dann auch gut spielen, muss dabei auch vielleicht richtig, ich habe das nicht so oft gespielt, wichtige Entscheidungen treffen. Aber das ist ja auch mehr so ein Deck-Check, den man gegeneinander macht. Und aber diesen Teil, den man so normalerweise alleine zu Hause gemacht hat, oder vielleicht auch gemeinsam mit Freunden, ohne dass man es wirklich spielerisch gemacht hat, dieses Deck bauen. Da war halt der Donald X Vaccarino, der gesagt hat, okay, das würde ich gerne gemeinsam mit anderen Leuten machen. Hier, das ist auch das Schöne, weil bei diesen Collectible Card Games, wie Magic zum Beispiel, wenn ich da einen cooleren Booster habe und einfach Glück habe, bessere, teurere Karten habe, habe ich höhere Chancen und kann ich eher gewinnen. Bei Dominion haben halt alle die gleiche Kartenauslage, alle haben die gleiche Auswahl und können dann eben sich daraus die beste Strategie zurechtfummeln und gucken, okay, welche Karten muss ich kaufen, um daraus ein tolles Deck zu bauen, mit dem ich gewinne. Wurde später mit Descent schon noch so ein bisschen variiert, dieses Konzept, dass man halt so eine Kartenauslage hatte, wo man sich Karten kaufen konnte, wo aber nicht immer die gleichen Karten drin lagen, sondern wo immer zufällig Karten aufgedeckt wurden. Das gab es dann auch in Star Realms und Hero Realms, aber auch das ist alles auf Dominion zurückzuführen. Dann im gleichen Jahr 2008 ist auch Dixit rausgekommen und Dixit ist zwar von der Grundidee her natürlich nur eine Variation von Nobody's Perfect, aber dieses Konzept mit diesen bunten Bildkarten, sich ein kreatives, tolles Spiel auszudenken, das wurde auch mittlerweile ganz oft kopiert, variiert. Es gab dann halt Dixit, dann gab es Dixit Odyssey, jetzt letztes Jahr ist Obscurio rausgekommen, es gab Detective Club, es gibt Mysterium und ich glaube, da sitzen noch ganz viele andere Leute gerade in ihren Büros und ihren Werkstätten und überlegen, okay, was kann ich da noch mitmachen und dass man halt so diese farbenfrohen, bunten Bilder in die Spielewelt einbindet, die es auch so zugänglich machen. Wo man es dann auch wirklich gerade so Dixit zum Beispiel, mit jeder Mann spielen kann, weil du kriegst ein paar Karten auf die Hand, die sehen wunderschön aus, denkst dir irgendwas Tolles dazu aus. Da ist dann auch nach Jahren mal wieder ein Partyspiel, Spiel des Jahres geworden. Das finde ich auch super cool, weil Partyspiele auch so Spiel des Jahres mäßig einfach gut geeignet sind, weil eben immer Leute an den Spieletisch holen. Ich bin jetzt nicht dafür, dass es nur noch Partyspiele Spiel des Jahres werden, aber so diese Spiele, die halt immer das auslösen, hey, das war cool, gibt es noch mehr. Das ist ja gar nicht so lang, weil ich wie Kniffel und Mensch ärgere dich nicht und Risiko. Von daher hat Dixit auf jeden Fall auch einen Einfluss gehabt, den wir jetzt auch eben immer wieder merken, in dem immer wieder neue tolle Spiele, die denen rauskommen. Es hat sich super verkauft, hat eben auch viele Nichtspieler an den Spieletisch zurückgebracht. Und das letzte Spiel, das ich super einflussreich finde, ist The Resistance, auch ein Social Reduction Spiel. Viele von euch werden es wahrscheinlich kennen. Natürlich gibt es schon seit Jahren Wehrwölfe, aber das gab es halt so immer. Das war okay, aber da ist natürlich die Frage, wie variiert man dieses Konzept, dass man da eben auch ein tolles Social Reduction Spiel rausmacht, das eben nicht 1 zu 1 Wehrwölfe ist. Und da gab es halt in den letzten Jahren auch super viel anderes. Es gab halt noch Secret Hitler, Wehrwölfe Vollmond Nacht und ganz, ganz viele andere Spiele. Und da war so The Resistance für mich so der Kickstart, der dazu geführt hat, dass sich das noch so ein bisschen weiterentwickelt, dass es noch mehr Spiele in die Richtung gibt, dass es Leute gibt, die sagen, ja, man kann das anders machen als Bewehrwölfe, man kann da viele tolle kreative Ideen reinbringen und da sind eben auch super viele richtig tolle Spiele daraus gekommen. Und das waren so für mich die einflussreichsten Spiele aus den Nullerjahren, 2000 bis 2009. Das musste ich jetzt einfach vorschieben vor die Liste zu den aktuellen Spielen, weil es da viel, also auch in anderen Listen und anderen Diskussionen habe ich immer wieder A, Spiele gesehen, die hier drin waren, wo Leute gesagt haben, Dominion und auf jeden Fall gehört, Pandemie rein, naja, wenn man jetzt sagt, okay, die einflussreichsten Spiele überhaupt, dann vielleicht, aber die sind halt so in ihrem eigenen Jahrzehnt. Wenn man so nach Jahrzehnt aufschlüsseln will, dann muss man sagen, okay, auch so Sachen wie Robinson Crusoe zum Beispiel sind dann auch ein bisschen auf Pandemie zurückzuführen und das ist jetzt so die Grundlage gewesen für das nächste Video, wo es dann um die meiner Meinung nach einflussreichsten Spiele aus den Jahren 2010 bis 2019 geht, wobei man auch da natürlich sagen muss, das kann man teilweise noch gar nicht abschätzen, Spiele, die vielleicht erst vor 1, 2, 3 Jahren rausgekommen sind, welchen Impact haben die? Das heißt, da kann ich auch teilweise einfach daneben liegen, aber es ist immer noch spannend, sich da so ein bisschen Gedanken drüber zu machen, zu diskutieren, vielleicht auch Hoffnung zu haben, was hat den Grundstein gelegt für weitere Entwicklungen, die jetzt so kommen sollen und da wird es dann in den nächsten Tagen das Video von mir zu geben. Ich hoffe, ihr habt Spaß, vielen Dank fürs Zugucken, wie gesagt, schreibt gerne eure Anmerkungen, Ideen in die Kommentare und dann war es das von mir. Vielen Dank fürs Zugucken, bis bald und tschüss. Musik 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 Musik